So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Zweites von 10 Games League of Legends. Wir spielen wieder Ranked's, Felix mit am Start, Flo diesmal nicht. So. Alle weiteren Förmlichkeiten machen wir später, oder? Oh, du darfst bannen. Wen soll ich denn bannen? Vasus, oder? Ich will ja mal überlegen, ne? Sollen wir zwei dann Bot gehen? Ja. Ja, dann bannen du mal Nasus. Yasu würde ich auf jeden Fall bannen. Hm, gucken wir mal. Ob ich wieder wie letztes Mal... Hm, wen soll ich denn noch bannen? Ja, ich weiß nicht. Yasu. Und sonst noch? Oh, ich weiß nicht. Was ist denn noch ziemlich stark? Also, was ich eigentlich auch noch ungerne drin sehe, ist ein Zix. Den sehe ich auch nur sehr ungerne drin. Naja, wir gehen ja nicht mit, Alter. Ja, aber auf der Bot-Claim werden wir ja nichts bannen, oder? Ich könnte ein Trash-Bun, das wäre cool. Soll ich in die Sinn? Die Sinn. Die Sinn, die Sinn. Na, auf, dann die Sinn weg. Ich hätte Twisted Fate dann sollen. Ja, wir sind noch diesmal oben. Als, äh, lila Team. Oh, nein. Dick, schnell. Ja, äh... Oh, what do you want? Okay, jetzt mach dann mal weg mal alles. Hast du schon mal eventuell gesehen, was der Gegner hat? Ja, ja. Beile dich einfach. Also, wir sind so gefickt, ey. Was ist denn das für eine Kombi? Oh, Mann. Komm, ich stun den Heimer, dann ist er weg. Ach, du Scheiße. Master Yi, ey. Ich würde fast sagen, der Bann, äh, der pickt nicht Trash, weil der braucht eigentlich schon viel zu lange dafür. Aber auf der anderen Seite könnte es auch wirklich sein. Also, wir haben doch jetzt schon verloren, ey. Alter, ich hab irgendwie das, das dumme Gefühl. Das dumme Gefühl, dass wir gleich ganz, ganz hart auf die Fresse bekommen werden. Vor allem, weil sich die Typen, vor allem, weil sich die Typen in unserem Team doch eh wieder nicht einig werden. Doch, doch, Warte. Der T-Klaus, der haut doch eh nur rum. Set in der Mitte. Oh, Flo kommt jetzt in die Confi dazu, alles klar. Flo ist grad bei mir online gekommen. Ja, guck mal, wo der T-Klaus hin muss. Ja, ja. Oh, bitte, bitte check, dass du Jungle gehen musst. Soll ich's ihm schreiben? Ja, der weiß es wahrscheinlich. Ja, aber der ist noch nicht, oh Gott. Wenn ich den mit der K6 Might mit, dann geht der K6 Jungle. Ich weiß nicht, der wird sich dagegen... Boah, Alter. Ja, also damit rächtet man echt... Der Lucien gefällt mir nicht so, ne? Muss ich jetzt mal tatsächlich sagen. Mir gefällt das ganze Gegnerteam nicht so ganz. Trash! Ähm... Boah, nein, Shaco, ey. Oh Gott. Hallöchen. Ja, hi, Flo. Hi. Wo ist das, bin ich? Ich bin ja für Trundle. Nein, Trundle. Macht ihr Rankeds? Ja, wir machen gerade Ranked, wir nehmen auf. Hey, Flo, wir haben... Ja. Alter, wir... Wir... Ich glaube, wir machen gerade ein Ranked, wir werden so richtig hart auf die Fresse bekommen, glaube ich. Warum? Naja, unser Gegnerteam besteht aus Master Yi. Was schon mal alles aussagt, ja? Naja. Dann Trash, Lux, Lucien und ein Shaco. Uuuh, ja, das könnt ihr... Wir brauchen, wir brauchen mehr Tanks. Nimm Voli. Voli kannst du Tag spielen, oder? Ja. War ja... Also, wenn wir das Game gewinnen, ja, dann... Okay, eigentlich wollte ich selbst ein Game jetzt machen, aber bei so einem geilen Mesh-Up. Was heißt hier geil? Ja, ich bin gerade allein zu Hause, das heißt, ich darf mich auch ruhig aufregen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich richtig Rage quitte gegen den Master Yi. Nein, quitten werde ich nicht, aber ich hätte richtig Ragen. Ähm, da ist die Offenheit. So, willkommen zurück. Aber es kann sein, dass er resetet wird, weiß ich nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir gerade meinen geilsten Gedanken schon, weil ich das Schlimmste ausgemaltet. Ich nehme schon auf, ja. Ach, Hallöchen. Seit wann nimmst du auf? Äh, seit ein paar Sekunden. Okay. Äh, habt ihr schon ein Game, oder das ist das zweite jetzt? Das ist das zweite. Das ist das zweite Ranked. Okay. Äh, du hast doch gestern dabei, oder? Naja, ich meine jetzt hier vor mir. Also vor dir. Ja, Flo ist ja gerade eben, dass er... Ja, Flo ist ja gerade eben, dass er... Ja, das ist das erste Game. Ja. Also unser zweites insgesamt. Das meinte ich, genau. Äh, da könnt ihr euch entschuldigen, Kollegen. Sind die dumm? Wollen die entwäden, oder was? Ne, ich hoffe es nicht. Die Gegner, oder ihr? Felix, sie haben uns gefragt, ob wir der Red invaden sollen. Mach doch. Was haben die denn alles? Äh, wen haben die denn? Chaco. Sollen wir, Felix? Auf geht's, komm, wir haben nichts zu verlieren. Ich habe von einem weisen YouTuber gelernt. Wie mir wahrscheinlich, ne? Invade immer. Check mal mal ab. Warten, 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 warten. Trash, 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 trash. Können Sie überwerfen? Nein, ich kann nichts rüberwerfen. Wir sollten abhauen. Wir sollten den Waffe einfach machen. Ja, aber wir sollten den jetzt nicht hier... Warte. Lass doch hier rüber gehen. Oh, ne Witz. Bei so einem im Wett weiß ich nicht, wo ich lang gehen soll. Aber ich gehe jetzt kein Risiko ein. Okay, wir haben den Red invaded. Komm, 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 komm. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Kollege. Chill mal. Ich hatte ein bisschen Schiss. Ich wollte schon gerade schreiben, I have a gist in my pants, aber der ist mir eingefallen, das heißt ja nicht scheiße. Nein, das ist ja eine gute Deutung. Okay, der Wuriebe soll weggehen einfach. Du weißt, was das heißt, Flo, oder? Ja, ich weiß es. Okay, machen wir einfach so weiter, wie ihr gehabt und dann ist alles super. Ach, ich kann ja noch gar nicht mit Giften. Die haben wahrscheinlich jetzt unseren Red Buff gelegt, ne? Das werden wir gleich wissen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, dann haben wir ja wieder ausgeglichen. Ich kann hier schön gucken, was die machen, so. Genau, dafür ist Flo eigentlich gar nicht verkehrt. Wenn die Dragon machen, sagst du Bescheid. Soll ich engagen? Der Lucien wäre mir zu gefährlich, irgendwie. Ich kann jetzt, äh, jetzt kann ich in dich die schreiben, während ich zugucke. Was kannst du machen? Jetzt kann ich dir in dich schreiben, während ich zugucke. Die haben nicht unseren Red Buff getaked. Ja, haben die nicht. Ja, die machen Blut. Bisschen, wir haben Blut. Okay, wir machen so wie gestern. Ist die dumm? Warum haben die... Oh Gott. Warum haben die nicht unseren Red Buff genommen? Der war free. Vermutlich haben die es viel zu spät gemerkt. Ja, ich wollte gar nicht wissen, dass wir das überhaupt geklaut haben. Hey, der... Ich meine, der Thresh war da, aber als der abgehauen ist, da haben die wahrscheinlich schon angefangen. Alter, will der mal laufen hier? Okay, okay, okay. Der Wohlibeer kommt. Wo weißt du das? Okay. Bleib, bleib, bleib. Bleib jetzt einfach... Bleib auf der Lane. Warten auf Wohlibeer und dann killen wir auf jeden Fall ein. Wenn ich da bald draufgehe, dann lache ich mich aus. Nee, reg ich mich aus. So rum. Dann lache ich mir... Was? Habt ihr mal gesehen, wie der Chaco heißt? Nee, wie heißt denn der? I will feed. Sorry. Beste Name. Ja, was meinst du, was wir die ganze Zeit machen hier? Jawohl, wir haben first blatt gemacht. So fängst du gut an. Und, und, und? Das ist immer gut, ja. Habt ihr oder euer Team? Äh, unser Team, Matt? Nee, unser Team. Komm Wohli. Scheiße. Bist du drin, Felix? Ja, ich dachte, der ist schon längst dabei. Ja, toll und ich komme jetzt nicht hinterher, oder? Oder was? Er sagt, ich hab dir nicht mehr gepinkt, dass ich ihr Red Buff gemacht hab. Bist du dumm, eventuell, aber auch. Ich dachte, der... Ja, der Wohli gibt doch das Zeichen bei mir losfangen. Losfangen? Ja, ja, Felix ist viel zu greedy, ey. Der springt ja mal rein. Hä, der Wohli, der stand doch schon in einem schönen Tiegelbüsch, oder? Ja klar, aber wenn der angerannt kommt, dann gehst du erst los. Kannst du auch nennen? Ja, der stand im schönen Tiegelbüsch, okay. Und dann kommt der normalerweise... Jetzt war der da oben, endlich. Dann kann der eigentlich locker kommen. Ich weiß jetzt nicht, was dem sein Problem war. Ja, dann wartest du trotzdem, bis der rein springt. Äh, bis der losgeht. Ja, und dann springt der rein, komm, weil er von hier kommt. Aber der kommt nicht so schnell, weil... Boah, du bist doch immer... Als Leona bist du sowieso immer viel schneller da, weil du dich mit deinem komischen Schirm da reingrappen kannst. Ah ja, ich hab den ja gestumpt. Ich erklär's ihm nachher. Also guck, ich stun den. Und der Wohli-Bär kommt von hinten. Ich warte dir einfach drei Minuten ab, dann sag ich euch, wer recht liegt. Also das war wirklich, dass ich so pralle von dir, Felix, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das war... Eigentlich war's gut gedacht. Nein! Ich hab ihn gestumpt immerhin. Und eigentlich hätte der viel früher kommen können. Ich sollte back hin, oder? Ich sollte back hin, oder? Ich geh back. Ich geh back. Er stand nämlich einfach im Gebüsch. Ja klar, aber trotzdem. Oder kommt denn wieder? Kannst du noch ein bisschen da bleiben? Das ist ein bisschen... Okay. Jetzt lassen wir Wohli heute wieder ab. Ja, okay. Jetzt ist Wohli-Bär wieder weg. Geh weg. Ja, ich glaub Wohli will immer noch kommen. What the fuck? Bot Lane! Alter, fick dich Wohli-Bär. Du bist doch ein kleiner Spastier. So, und jetzt rein. Oh, er hat sein Ding gemacht. Das war jetzt im genau richtigen Moment, oder? So fucking retarded, lady. Wie sollen wir so dann bitte ein Ranked Game gewinnen? Alter, ey, ohne Witz, ey. Wie sollen wir so dann bitte ein Game gewinnen? Wir kommen die beiden nicht an. Jawohl, eigentlich schon, aber... Ah. Nice, Kassix. Hast du Kassifersblatt gesehen, oder was? Nicht gesehen, aber... Achte gleich mal drauf, was der Wohli-Bär unten macht. Ich möchte das jetzt mal wirklich sehen. Oder wissen. Weil meiner Meinung nach stand der schon im Dreifachgebür. Der Trash gefällt mir da absolut gar nicht. Der hält uns auch. Das ist ja gar kein Trash. Das ist ja ein Schacko. Ey, ist das schon mal wieder aufgefallen? Also, ähm... Ähm, Wohli-Bär stand schon im Trash. Ja. Was ich halt anders gemacht... Was ich halt anders gemacht hätte, wäre von... Links von dem Berg lang gelaufen. Dann wäre eigentlich alles gut gewesen, aber so nicht. Ja, genau. Ich dachte, der kommt auch von links von dem Berg. Das wäre besser gewesen, ja. Und deswegen bin ich engaged. Weil dann hätte der Wohli-Bär nur noch kommen müssen. Ja, war eigentlich alles gut. Da muss ich Felix nicht zustimmen. Leider. Ja, Wohli hätte da eigentlich reinrennen müssen und ja von hinten angreifen und wieder dazukommen. Ja. Das ist... Na, muss nicht um... Kann man beides machen. Ich meine, der Wohli hätte jetzt noch kommen. Wäre von denen gekommen, wäre alles gut gewesen. Ja. Naja, wenn Wohli-Bärs sind, kriegt Janna-Lens hoch zu fielen. Und wenn wir unsere Stellung hier halten... Dann haben wir zumindest schon mal nicht die rote Karte. Der Trash ist so schlecht gewesen gerade. Wow, weil er mal einen Grab verkackt hat. Ja, aber das war doch... Ich bin doch schon vorher in die Läden dahin gelaufen. Das habe ich... Ein bisschen früher... Rekognitzen können. Ja, die pingen bei uns ne ganze Menge. Wullybeer kommt mit, äh, Wullybeer kommt. So, dann dürfen wir es jetzt aber diesmal nicht verkacken. Der wollte doch nicht. Wullybeer kommt nicht. Wullybeer kommt nicht mehr. Hat er doch vorhin geschrieben, dass er nicht mehr kommt. Das ist doch richtig. Ich meine, ja, ich bin ja auch so ein Arsch, dass in einem normalen Game sagt, äh, ich hab kein Bock mehr. Ich geh auch back. Ich glaub, die sind beide back jetzt. Kannst du noch ein bisschen fahren? Nee. Ich brauch Items, Junge. Warte, kurz zurückspulen, was war das denn gerade? Okay, da kommt Wully. Geht sofort rein. Du flächst und der hat... Na gut. Na, das ist... Das war ein bisschen doof, aber sonst, Digga. Naja. Ja, ich denke mir, solange wir die Botlane halten können, ist alles super. Ja, wenn wir sie halten. Ich meine, wir stehen momentan 3-0, also... Hm... Steht 3-0? Nee, das Team steht 3-0. Also, wenn wir das so halten können, dann wäre es gar nicht mal so verkehrt. Aber Lucien und Trash sind halt eben schon echt harte Gegner. Äh... Ja, K6 dominiert auf jeden Fall sehr gut gegen den List, äh... Masahi. Alter, das muss der sogar, sonst verlieren wir das. Wenn der Masahi gefeindet wird, dann... Ähm... Z... gegen Lux... Au... Ist auch der Vorteil aus dem Fall. Mal... Okay, der Trashes hat da irgendwas gewordet. Oh... Da kommt ein... Da ist ein Chaco. Ein bisschen weg. Äh... Sorry. Habt ihr den Chaco überhaupt gesehen? Ja. Ja, ja, den Chaco haben wir gesehen. Ich glaube, ich habe da drin gewordet, oder? Der möchte... Der möchte... Achso, ja, klar hast du. Nächsten Wort. Glaube ich. Alter, wenn ich den Wort nicht gesetzt hätte, ohne Scheiß... Der hätte uns, glaube ich, gekillt. Hätte er. Ja. Hat Chaco Teleport dabei? Oder warum war der da? Ähm... Nee, der ist von hinten gekommen einfach. Hm. Weil er mich nicht reinlaufen sehen. Ja, wie du vielleicht siehst... Jetzt kämpfen wir ja die ganze Zeit unter dem Tower rum. Es ist ja nicht schlimm. Solange ihr nicht stirbt, du die Last jetzt kriegst, und der Turm nicht fällt... Ja, aber auf der Tower war es ja scheiße, ja. Der Tower nimmt natürlich hier Schaden. Na gut. Jetzt hab ich's blöd, aber... So lange wie möglich, wenn wir ausharren. Ich bin kurz, äh... Dragonborn. Äh... Jo, mach das mal. Pass auf, die haben da auch gewordet, ne? Ja. Das heißt, die könnten jederzeit kommen. Es gefällt mir eigentlich nicht, dass wir, ähm... Nicht grappen können. Das ist das für mich ein bisschen scheiße. Ah, jetzt hab ich den Grab gesehen von dir. Äh, äh... Wo du meintest, Felix. Der... Ich bin jetzt von vorne zurückgelaufen, bevor er... Okay... Ja, klar. Ganz gut. So ist gut. Oder... Oh, da stirbt, oder? Ja. Oh... Richtig schlecht, wenn du hast da eh. Okay, ich hoffe, ich verzieh mich. 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 Flaschen, irgendwas. Alles gut, alles gut, alles gut. Äh... Nein. Es ist nichts gut, Felix. Dies, Boatlin. Oh, dann schreib dir mal grad, dass er aufhören soll, zu Flamen und lieber helfen kommen soll. Ich seh den Chat gar nicht. Ich seh den Chat gar nicht. Ich häng mich an. Also, was sie schreiben. Mann, eigentlich. Was denn? War... Ein bisschen knapp berechnet. Hat funktioniert. He's so noob. Ich geh mal gleich auf K, ey. Dann weißt du, was noobisch ist. Das... Fixer. Sie können... Das Gang von Choco. Oh, ey. Ähm... Leute, was macht ihr da? Okay, auf geht's, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, also unser... Zum Glück ist unser Castix gut. Ne, ohne Witz, wir sollten echt nicht mehr auf die Borderline gehen, ey. Ist auch kacke. So gut, wie wir hier sind. Oh, das Castix ist wirklich gut, muss man sagen. Ja, bisher hatten wir immer irgendwelche Typen beim Team, die das Ganze gecarried haben, ey. Naja, man muss sagen, der hat auch Skill. Ja, zum Glück, ey. Ja. Okay, wie sieht's bei euch so aus? Der hat gewordert. Trash. Warum haben wir da gewordert? Ach, verlass mich nicht immer, Felix. Ich hab nur kurz ein Walk gesetzt. Das ist ja auch die Aufgabe. Boah, ich hab voll Angst vor Trash, ey. Das nächste Mal kannst du nicht an die Fläche lieber so was wie Blitzcrank wieder mitnehmen? Nein. Hast du Angst vor seinen Craps, oder wie? Nein. Felix soll doch den Blitzcrank nehmen. Ja, deswegen ja. Hast du Angst vor seinen Craps? Oh, Alter. Warum kriegst du's nie geschissen abzuhauen, ey? Was hätte ich denn machen können? In die andere Richtung laufen. Und dann wäre mir auch entgegen gekommen. Nein, weil weiter nach links kann er nicht laufen. Ja, die Richtung war kürzer und du wirst vor mich laufen können. Was soll ich jetzt machen, die Kingin Tower? Wenn die nicht in der geraden Linie ausweichen, wegrennen eigentlich. Wirklich in 90 Grad Winkel ausweichen. Ja. Oh, wir verlieren. Wir verlieren die Bot-Heads. Hey, ohne Spaß, das nächste Mal nimmst du keine Leona mehr. Doch. Du nimmst einen Blitzcrank, dann haben wir bessere Scheiße. Ja, genau, ein Blitzcrank. Wenn man dann einen Grab verfehlt, dann hat man gelutscht. Und jetzt geben wir dem Set helfen. Schade, Felix. Okay, sollte ich echt abhauen? Ich hab null Mana mehr. Ja, null Blitzcrank. Keine Offenung, aber wirklich? Du bist unrankt? Ja. Natürlich ist man unrankt. Was denkt der denn sonst? Oh. Spielen ja schon gewähnte Spieler mit oder was? Ja, Bronze. Ha. Gut, Bronze ist auch nicht grad. Naja, ne. Ja, ich weiß, deswegen spielen die ja mit. Naja. Klar, es gibt auch gute Bronze-Spieler. John und so, ne. V, wir spielen nicht mehr gegen Unranked-Spieler. Ja klar, aber höher als Bronze wird's nicht gehen. Gar nicht. Ich spiel ja nicht so gegen, brauchst du drei, vier, fünf oder so, glaub ich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Was machen wir jetzt genau? Ja. Ja. Wenn du wieder stirbst, ey. Ich sag's dir. Boah, das ist krassig. Er macht überhaupt keinen Damage. Was war das denn denn? Ah ne, ihr macht weg. Boah Felix, wenn du das getroffen hättest, ich hätte dich so geschlagen, ey. Warum denn? Weil du dann alleine da reingegangen wärst. Nein, dann hätt ich noch stunnen können. Ja und, aber wir wären nicht nachgekommen. Wir müssen erst um die Mauergangs laufen. Ja, der Wohli wär wär ja gekommen. Wär ja NP gewesen. Trotzdem, da wär auch ein Trash gekommen und ich wäre so easyfarm gewesen. Außerdem würd ich noch zurückflashen können. Hm. Ohne Mission. Alleine hier am Tower lassen. Ja, will ich. Okay. Ich weiß auch, dass wir den verlieren. Boah, ohne Witz ey. Wir sind die Noobies der Botline, die es gibt. Lol, Chaco ist Level 5 einfach und Karsix ist Level 12. Boah, unser Karsix ist Level 14, wenn man's mal genau sieht. Aber vor 3 Minuten war Level 12. Also, notiz an uns. Ich nehm keinen Twitch mehr, du kenn Leona. Ich nehm nochmal Leona. Boah, aber mit Leona verkackst du doch grad genauso wie ich. Wieso verkacke ich denn? Was könnte ich denn dazu, wenn ich, äh... Okay, ich beobachte, ich beobachte zwar kurz ein bisschen, Felix. Felix. Ich meine ja, keine Ahnung, vielleicht macht er seinen Job ja ganz gut als Supporter, ja. Aber ich brauch keinen Supporter, der reinspringt und dann irgendeine Kacke da macht und ich nicht hinterherkomme mit meinem Champ. Das bringt doch nix. Du bist noch nicht reingesprungen, hab irgendeine Kacke gemacht. Ja, Kacke machen. Ich beobachte jetzt Felix mal ein bisschen. Boah, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Ich brauch... Alter, was geht denn da, ey? Du bist kein aggressiver Spieler. Ja, ich bin kein aggressiver Spieler, aber wenn ich so einen aggressiven Champion habe, der dann da voll reinspringt, aber ich nicht die Möglichkeit habe bzw. nicht so schnell bin, dass ich einfach hinterherkomme, dann bringt's auch nichts. Denn Felix ist jetzt nicht grad der Champion, der den Mega-Damage haut. Dafür kann ich gut weg tanken. Ja, aber im Early-Game tankst du genauso viel weg wie die anderen auch. Hm, ich meine auch im Early-Game hab ich schon 100 Rüstung. Kacke. Das ist möglich, ja. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich einen Champion habe, der irgendwas rausfokust. Danke. Was willst du mit den Towern? Aus dem Zellen Tower ist das genauso wie Tower auch. Ich hätte dafür gerade kein Geld angezeigt bekommen. Keine Ahnung, vielleicht bekommt man ja welches. Es gibt doch kein Geld, wenn man einen Tower macht, ne? Also es gibt halt global für das ganze Team Geld. Hm. Ah, stimmt. Jawoll, GG. Das Game hätten wir gewonnen. Scheiße, Mann. Oh Gott, ey. Scheiße. Also da haben wir tatsächlich das Game gewonnen, weil die Gegner surrendered haben. Genau. Und die hatten tatsächlich ein Wasser. Jedem Team unsere Lane war scheiße. Wie gesagt, der K6 war halt richtig gefeatet. Alter, ja. Am Ende, ich glaub, der Master Yi stand Level 7 und der einfach 14. Ja, das war so krass. Ja. K6 ist gerade einfach 8 Kills bei mir jetzt. Also ich nehm das nächste Mal auf jeden Fall keine, kein, kein Twitch. K6 hat einfach 9 Kills oder das Team stand 10, 2. Mhm. Ja gut, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und damit hätten wir jetzt das zweite von zwei gespielten Games gewonnen. Insgesamt zwei von zehn Games gewonnen. Das ist doch eine bisher annehmbare Bilanz, oder? Ja. Annehmbar, ja. Ey, was willst du mehr, Felix? Wir haben jetzt zwei von zwei Spielen gewonnen. Mehr geht nicht. Dann ist es aber nicht nur annehmbar. Wenn wir das Game carryen können. Ja, aber das können wir nicht. Weil unsere Kombi ist jetzt nicht so geil. Ja, müssen wir nochmal gucken, wie wir das ändern. Ich bedanke mich an dieser Stelle echt herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns halt im dritten Game wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.